Dies ist ein Hörerlebnis von Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Der Großonkel zum Thema Geister aus der Vergangenheit, Spuk und Gespenster, geschrieben hatte. Oft werden Detektive gerufen, weil unerklärliche Dinge geschehen. Ein Detektiv muss die Probleme seiner Kunden ernst nehmen. Das ist sein Beruf. Manchmal stellt sich schnell heraus, dass die Fantasie den Leuten einen Streich gespielt hat. So war zum Beispiel ein Poltergeist auf einem Dachboden, der der Familie den Schlaf geraubt hatte, in Wirklichkeit ein Marder. Ich konnte ihn mit einer fest installierten Kamera mit Selbstauslöser fotografieren. Im Laufe meiner Karriere bin ich aber auch auf mehrere unerklärliche Fälle gestoßen. Zweimal war ich mir sicher, einem Gespenst begegnet zu sein. Einmal hat mich sogar eins angespuckt. Nach meiner Erfahrung mögen es Geister und Monster überhaupt nicht, fotografiert zu werden. Ja, ich möchte behaupten, ein Fotoapparat ist eine bessere Waffe gegen unheimliche Begegnungen als eine durchgeladene Pistole. Auch scheuen die meisten Gruselwesen das Licht. So viel Beleuchtung wie möglich gehört zu jeder guten Anti-Gespenster-Ausrüstung. Emma fand das alles ziemlich unheimlich. Sie stand auf und ging zu einer Kiste, die unter dem Fenster stand. »Meinst du wirklich, unser Großonkel ist echten Gespenstern begegnet?«, fragte sie ihren Bruder und öffnete den schweren Eichenholzdeckel. In der Kiste waren viele Sachen, die Meisterdetektiv Jansen zum Verkleiden gebraucht hatte. Schlapphüte, Tücher, Mützen und Bärte in allen Formen und Farben. Emma entdeckte eine ganze Kollektion Nasen. Knollnasen, Säufernasen, Stupsnasen, Spitzenasen und solche, die aussahen, als hätte man schnupfen. Die Brillen gefielen Emma besonders gut. Sofort setzte sie eine Hornbrille mit kreisrunden Gläsern auf und hielt sich einen roten Schnurrbart unter die Nase. »Guck mal, Lukas!« »Hä? Steht dir gut, der Bart? Das solltest du öfter tragen.« Emma grinste. »Hm! Meinst du, mit dem Piratenbart kann ich das Gespenst erschrecken?« Lukas glaubte nicht an Geister. Deshalb fiel es ihm leicht, den coolen Helden zu spielen. »Vielleicht gelingt es uns, in dem Hotel einen Geist einzufangen. Damit werden wir berühmt. Bestimmt können wir so ein Gespenst an das Valoseum verkaufen. Dann haben die nicht nur dieses Pottwall-Skelett als Attraktion.« »Klar! Um 15 Uhr Seehundfütterung, um 16 Uhr zeigen unsere Poltergeister ein paar Kunststückchen und um 17 Uhr fressen ihnen die Monster aus der Hand.« Emma sah ihren Bruder an und kicherte. Da hörten die Geschwister einen Schrei. Er klang jämmerlich und kam aus der Garage. »Klar!« »Klar!« Vielen Dank.